so ich glaube ich spiele jetzt mal mal lucio bei lucio lucio auf der map gar nicht so also hier finde ich jetzt den den heiler gar nicht so extrem wichtig weil irgendwie hier sehr viel gesnipet wird wenn sie ja dann mal gehen sie warum nicht probieren wir es aus gemeinsam was reißen so das kennig ist so gut dass denn jeder spiel wird gerade ich habe auch keine mccree finde ich übrigens auch sau geil mittlerweile welcher zum paar und mit dem gespielt fällt mir dann sensationell gut so ist es so fast fast lieber als fahrer wird man möchte seine volk also ich kann es daran erinnern dass ein revolver leuchtet ich mag ich auch nicht gerne ganz lindern ganz lindern beim beim auch wenn ich wohl noch kein tag doch mensch das ging schon schnell aber ich fände es ist jetzt bei denen achten wir haben jetzt die seiten gewechselt bei diesen bären ja ein ding ist der gleiche die menschen wahrscheinlich die menschen So unhaustmischen. Sehr gut. Habe ich den auch mal gut geheilt. Hm. Komm schon. Lass uns den Punkt holen. Punkt holen. Punkt holen. Punkt holen. Oder wenn ich das. Aber der Punkt ist ja noch der einfache, der zu holen, ne? Der andere, der wählt erstmal richtig immer kritisch. Ich finde das ist total schädig. Jetzt wird's massiv. Killstreak. Ja, die Map mache ich auch nicht. Jetzt nach hinten brauchst du den Bastion und dann... Und dann... War's das. Und dann... War's das. Punkt angerollt. Blendgranate. Bam bam bam. Boah, da grimmt er mich noch mit dem Rücken praktisch dann raus. Eliminierung bin ich Platz auf 1 aktuell. Tote Stöße, Platz 1. Ja gut, Tote Stöße. Eliminierungen zählt ja eh immer alles, sobald er einmal angetrümmelt hat. Dann... Zeit für ein bisschen in die Straße. Zeit für ein bisschen in die Straße. Jetzt wird's massiv. So einfach frittst du mich, der ich brauche. Warum hat er denn jetzt seine Rücken? Mann, ich bestehe ich die ganze Zeit am Punkt, es kommt kein Mensch dazu. Weil ich gerade von so einem Scheiß-Soldier irgendwas abgeknallt wurde. Und der hat einfach mal 4 Kills gemacht. Ist okay. Das geht gut ab! Oh Mann! Wie hat mich der denn getwittert? Achso, das war Chunkrat. Ach, Chunkrat. Einer für eine Ulti. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich ey. Da bist du. Hallo. Ich komme halt auch nicht hin, dass ich ein ordentliches Schutzfeld hier genannt habe. Von bei hier wie erst mal die Schubbehey hierverblaue. Nach попад auf? Der geht nicht. Komm mal auf Mus PET. Jetzt der. Das F boiler weg drehen. Tür piep. Tief jetzt für ein paar keine Gäste defendern. Ich du dann habe keine Gila zusammen an? das war jetzt eine coole team aktion schön drauf alle zusammen richtig nice angegriffen du du kommst geht als kinder spiel lucio mit lucio heilig das spiel das war halt am schluss nichts besonderes aber halt schöne team aktion ja das war eine gute runde eliminierung und 1 zielfortschritt ist einst und zeit für zielfortschritt 1 also für den heiler war es brauchbar eine runde noch dann gibt es eine loot box genau im böckchen